Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal meine Buchreihen zeigen, die ich 2016 angefangen, aber nicht beendet habe. Also, ja, es ist ja jetzt diese Zeit, wo diese ganzen Jahresrückblicke, eben diese Buchreihenvideos, also ich habe jetzt schon bei einigen gesehen, dass sie diese Buchreihenvideos gemacht haben und ich glaube, letztes Jahr habe ich das auch gemacht, aber da habe ich das alles in ein Video gepackt und das ist mir dieses Jahr zu viel, weil ich noch weiß, was das für ein, ich glaube, das war das Video, wo ich echt so lange geschnitten habe und ich finde, wenn das alles so in einzelnen Videos ist, dann habt ihr auch viel mehr Videos zu schauen und ich kann ausführlicher über die Bücher reden. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Eine mit den ersten Reihen, die ich dieses Jahr angefangen habe, und zwar im Januar war das, ist die Reihe von Cody McFadden und zwar die Reihe um Smokey Barrett. Ich habe die ersten beiden Teile in diesem Jahr schon gelesen und muss halt jetzt 2017 noch den dritten und den vierten Band lesen. Der dritte ist Das Böse in uns und der vierte ist Ausgelöscht. Natürlich sage ich jetzt nicht, um was es in den beiden Büchern geht, das weiß ich nämlich selber nicht, weil ich will mich auch nicht spoilern, aber im ersten Band geht es halt um Smokey Barrett, die ihre Familie auf eine tragische Weise verloren hat und irgendwie immer wieder in das Visier von Verbrechern gerät, denn sie ist selbst halt auch eine Kommissarin, Polizistin, sowas in dem Dreh, in der Mordkommission halt auf jeden Fall, mit einem Team und dieses Team begleiten wir halt in jedem Band bei einem anderen Mordfall und diese Reihe ist einfach so faszinierend, weil Smokey Barrett so viel Unglaubliches passiert und sie trotzdem stark ist und weitermacht und das nicht auf eine ungläubige Weise, sondern man kann es halt auch wirklich nachvollziehen auf die eine oder andere Art. Sie ist zwar sehr, sehr stark, was jetzt nicht jeder vielleicht dann auf sich projizieren könnte, weil ich denke nicht, dass ich das durchhalten würde, also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber trotzdem ist es halt nicht so unglaubwürdig. Sie ist halt nicht die perfekte Powerfrau, das merkt man halt auch in den Büchern und das finde ich halt gut, dass sie nicht so eine perfekte Protagonistin ist, der man nichts anhaben kann oder so. Sie ist halt einfach wirklich realistisch in diesem Buch und das gefällt mir sehr an dieser Reihe. Dann habe ich angefangen und die nächsten Bände auch noch nicht hier. Darkest Powers Schattenstunde von Kelly Armstrong. Dieses Buch hatte mir damals so la la gefallen. Es war eigentlich an sich sehr in Ordnung und es hat auch Spaß gemacht zu lesen. Hier geht es halt um Chloe oder Kelly? Chloe. Genau. Und sie kann Geister sehen und kommt danach daraufhin in ein Internat, weil ihr Vater hat halt sozusagen die Schnauze voll von ihr. Ihre Mutter ist leider schon verstorben. Und ja, sie hört jetzt, hört, sieht, Geister und das ist halt nicht immer so angenehm. Es ist halt wirklich schon lang her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ich kann mich eigentlich recht gut an die Geschichte erinnern. Sie finden dann halt raus, dass in diesem Haus, wo sie jetzt sind, nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die Schwestern sind, glaube ich, sehr komisch und die Ärzte auch. Also alles ist so sehr rätselhaft. Ich möchte jetzt natürlich nicht... Steht das hier drauf? Dann kann ich das sagen. Ja, genau. Also nicht nur sie scheinen diese übernatürlichen Fähigkeiten zu haben, sondern alle anderen, die in dem Haus sind, scheinen auch andere übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Und das hat mir dann richtig gut gefallen, als halt nach und nach rauskam, was die anderen so für Fähigkeiten haben. Und das Ende war sehr heftig. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weshalb ich eigentlich mal weiterlesen müsste und mir die nächsten Bände zulegen sollte. Denn, ähm... Also wie gesagt, wortwörtlich, das Ende war heftig. Das hat man gar nicht erwartet. Das ist auf einmal in einer ganz anderen Kulisse. Und du denkst dir, hä? Wie konnte das jetzt gerade passieren? Ja. Ja. Dann auch dieses Jahr angefangen und die Reihe noch nicht beendet ist von Peter von Brett, das Lied der Dunkelheit. Ich weiß gar nicht, ob die Reihe mittlerweile zu Ende ist. Es gibt mittlerweile vier so dicke Schinkenhauptbände und zwei Zwischenbände. Ich habe das Lied der Dunkelheit gelesen und war endlos begeistert. Es war so ein guter Fantasy-Roman. Also jeder, der Fantasy mag, kann ich dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und es hat so großen Spaß gemacht, das zu lesen. Und ja, es ist jetzt halt schwer zu erklären, weil hier hinten steht halt auch wirklich gar nichts drauf. Und hier steht dann hingegen sehr viel drauf. Aber es geht hier hauptsächlich um Arlen, der mit seinem Vater und seiner Mutter auf einem Hof lebt. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Zeit spielt das denn. Das steht hier auch gar nicht. Also auf jeden Fall ist es noch eine sehr altersstümliche Zeit, wenn man das so sagen kann. Genau, 319 nach der Rückkehr. Also der Rückkehr der Dämonen soll das, glaube ich, sein. Weil das ist auch der Dämonenzirkel. Und ja, auf jeden Fall lebt Arlen halt mit seinem Papa und seiner Mama etwas außerhalb vom Dorf Tibbettsbach. Und ja, jeden Abend kommen Dämonen, sobald es dunkel wird. Weshalb alle Leute Pfeile aufstellen, in denen Ruden und Siegel eingeritzt sind. Denn diese Siegel halten die Dämonen halt ab. Sie verbrennen sie. Und doch, ich glaube, sie verbrennen sie. Denn es gibt ganz verschiedene Dämonen. Es gibt Erddämonen, es gibt Winddämonen, Wasserdämonen, Feuerdämonen. Und ja, halt alles, was es so in der Natur gibt, gibt es auch Dämonen. Und es ist eine sehr komplexe Welt, eine sehr großräumige Welt, die wirklich Spaß macht zu erkunden. Und Arlen ist eigentlich nicht unser Protagonist. Wir haben hier sehr, sehr viele Protagonisten, wenn man das so sagen kann. Weil, guckt euch an, wie dick das Buch ist. Und jedes Kapitel ist eigentlich fast aus einer anderen Sicht. Und eine Person festzulegen geht in diesem Buch halt nicht. Meine Lieblingsperson aus diesem Buch war Bruna. Wer dieses Buch gelesen hat, kennt sie ja in Sicherheit. Und, ähm, ja. Was kann man euch noch darüber erzählen? Auf jeden Fall, äh, reißt halt Arlen in die Welt, weil seine Mama bei einem Dämonenangriff ums Leben kommt. Und seinem Vater irgendwie nicht wirklich was dagegen tun möchte. Und Arlen das aber selbst in die Hand nehmen will. Und so reißt halt Arlen los. Und so beginnt dann halt auch die ganze Geschichte. Von dieser Reihe habe ich schon, äh, Band 2 hier. Und, äh, den Zwischenband. Dieser Band, äh, der große Bazar kommt zwischen das Lied der Dunkelheit und, äh, das Flüstern der Nacht. Den möchte ich jetzt im Januar auch lesen, weil er hat nur 200 Seiten. Ist recht groß geschrieben. Das müsste ja wirklich, äh, das müsste ja wirklich schnell gehen, damit ich dann hier auch weiterlesen kann. Weil das Jahr 2017 steht ja auch ein bisschen unter Reihen beenden oder mal weiterführen, weil ich hab einfach so viele Reihen, hab ich das Gefühl, die ich halt auch noch nicht angefangen habe, die ab hier rumstehen, dass es halt echt nervig ist. Ich zeige euch jetzt nämlich gerade erstmal die Bücher, die ich hebe, denn ich hab auch viele E-Books gelesen. Äh, also Reihen auf meinem E-Book-Reader gelesen. Und, ja, ich zeige euch jetzt erstmal die Hardcover und das ist das letzte Hardcover. Oder halt die Bücher. Das einzige Hardcover in der Reihe, das ich angefangen habe, fällt mir gerade auf. Ja, äh, die fünfte Welle von Ricky Jens, die hab ich angefangen. Ich hab die Folgebände noch nicht hier, sonst hätte ich auch schon längst weitergelesen, weil, ähm, mir der erste Band ja richtig, richtig gut gefallen hat. Ich hoffe jetzt, dass ich sie mir dann nächstes Jahr mal billig irgendwo ergattern kann. Äh, wenn nicht, wenn ich so weit fortgeschritten bin mit meinem Sub, dass ich denke, ja, ich kaufe mir jetzt mal neue Bücher oder so. Dann werde ich das vielleicht auch machen. Ich hab ihr dann auch noch Geburtstag, vielleicht wünsche ich sie mir auch einfach mal sehen. Auf jeden Fall möchte ich diese Reihe nächstes Jahr definitiv beenden. Einfach, weil es mir sehr, sehr gut gefallen hat und der letzte Teil jetzt auch rausgekommen ist. Ja. Hier geht es um, wie heißt sie nochmal, sie hatte so einen, genau, Cassie von Cassiopeia, glaube ich, ist abgeleitet. Egal, hier geht es um Cassie, die, äh, äh, ja, mit ihrer Familie fünf Wellen erlebt. Die erste Welle brachte Dunkelheit, die zweite Zerstörung, die dritte ein tödliches Virus. Äh, was die vierte und die fünfte Welle gebracht haben, steht jetzt hier gar nicht. Ich weiß es halt auch ehrlich gesagt nicht mehr gerade. Genau. Die vierte Welle ist Silencer und die fünfte Welle steht hier nicht dabei. Ich glaube, die erfährt man erst im Buch. Was genau das jetzt war, weiß ich gar nicht mehr. Man, das erst im Buch erfahren? Also, ich weiß, wie es endet, ich weiß das alles noch haargenau, aber... Komisch. Cassies Bruder kommt dann in ein Camp, nachdem sie den Rest ihrer Familie durch alle möglich verschiedenen Umstände verloren hat. Das müsst ihr natürlich dann selber lesen. Und, äh, ja, sie selbst macht sich dann auf den Weg, um ihren Bruder zu finden und zu retten, denn, ja, sie hat es ihm versprochen, dass sie immer auf ihn aufpassen wird. Und, ja, bei diesem Abenteuer erlebt Cassie ganz schön viel. Und, ja, das Buch war richtig, richtig gut. Es hat mir, wie gesagt, richtig gut gefallen. Und ich kann es euch nur empfehlen. So, dann kommen jetzt die E-Books. Ich blende euch hier immer die Cover von der ganzen Reihe immer ein. Und, ja, eins der ersten E-Books, die ich gelesen habe, was eine Dilogie ist, war Herzklopfen in Nimmerland von Anna Catmore. Der zweite Band, den habe ich noch nicht auf dem E-Book-Reader. Ich muss ihn mir noch kaufen. Ich wollte ihn bis jetzt nicht lesen, weil das ist ja wirklich eins meiner Lieblingsbücher. Also, es ist wirklich, also, ja, wirklich eins meiner Lieblingsbücher, ne? Wenn ich das sage, glaubt mir das hier keiner, habe ich das Gefühl. Nee, Spaß. So oft, wie ich das gerade gesagt habe, hat man schon das Gefühl, dass ich denke, ihr glaubt das nicht. Komisch. Zweiter Raum, schnell mal raus. Ja, es ist, es ist eins meiner Lieblingsbücher und das nicht ohne Grund. Es hat mich einfach so verzaubert und es ist, man könnte auch sagen, eins meiner Herzensbücher, also nicht nur ein Lieblingsbuch. Es geht halt einfach sehr tief und ich will es nie wieder missen, möchte nie wieder missen müssen, so rum. Und irgendwann, wenn ich mal zu viel Geld übrig haben sollte, werde ich es mir auch noch kaufen für mein Bücherregal. Vielleicht werden sie auch irgendwann mal in einem Verlag, also in einem großen Verlag, verlegt, weil die Bücher sind echt verdient. Ich finde es grandios. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Das E-Book kostet, glaube ich, 3,99 Euro und es hätte viel mehr verdient als dieses 3,99 Euro. Weil es ist halt so viel Fantasie und steckt in diesem Buch. Und ich kann es gar nicht beschreiben, wie toll ich dieses Buch fand. Also ja, ich möchte auf jeden Fall bis jetzt noch mehr von Anna Catmour lesen. Habe es bis jetzt noch nicht getan, weil ich das Gefühl habe, also ich war kurz davor, mir Märchensommer von ihr zu kaufen, weil es auch reduziert war. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Egal. Habe es aber nicht gemacht, weil ich dachte, nö, dann hast du es gelesen, dann hast du noch ein Buch weniger von ihr. Und das war so ein dummer Gedankengang. Den hatte ich auch wirklich noch nie. Aber ich habe ja genug Bücher und ich lese die erst mal und dann kann ich ja immer noch ihre Bücher lesen. Ja. Dann habe ich angefangen, die Jahrhundertsager von Kent Volle zu lesen. Und da habe ich gelesen, Sturz der Titanen. Dann gibt es noch Winter der Welt und Kinder der Freiheit. Und Winter der Welt und Kinder der Freiheit habe ich noch nicht gelesen. Mein Papa hat alle Bücher, deswegen werde ich mir seine einfach ausleihen. Und das habe ich mit dem ersten Band auch gemacht. Aber das werde ich erst machen, wenn ich die Reihen, die ich wirklich hier in meinem eigenen Regal stehen habe, beendet habe. Vor allem, weil diese Bücher ja unendlich dick sind. Der erste hatte 1020 Seiten und der zweite hat jetzt auch 1020 Seiten. Und ja, ihr seht, war es eine dicke von Buch. Und es ist wirklich ein geschichtliches Ereignis, ein geschichtliches Ereignis mit Romanen hintendran und Drama und vielen Charakteren. Das liest man halt, also ich lese das mal nicht eben so schnell weg. Ja, dann kommen wir zu der Reihe von Chris Carter. Und bei der es um, jetzt darf ich mich verwechseln, Robert Hunter geht. Ich glaube schon. Es gibt noch eine Reihe von... Wer ist der denn nochmal? Da gibt es um David Hunter, glaube ich. Aber hier geht es um Robert Hunter. Das ist sehr verwirrend. Äh, ja. Da habe ich gelesen den Kruzifix Killer. Und da gibt es noch vier weitere Bände. Fragt mich jetzt nicht, wie die alle heißen. Die stille Bestie ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Aber ich blende es euch sowieso alles ein. Und dann seht ihr das ja. Ja, die muss ich noch alle lesen. Die habe ich auch schon alle auf meinem Kindle. Die hatte ich mir alle gekauft. Schon ein bisschen länger her. Und, äh, ja. Weil da war ich vom ersten so begeistert und dachte so, ja. Ich glaube, die nächsten zwei habe ich drauf. Alle habe ich nicht drauf. Ich weiß es gar nicht. Ich gucke nicht so oft auf meinem E-Book-Reader. Leider Gottes. Aber ich glaube, ja, die ersten drei habe ich auf jeden Fall. Den ersten habe ich ja, wie gesagt, auch gelesen. Also ich glaube, den zweiten und dritten Band habe ich. Also ich könnte definitiv mal weiterlesen. Ist ja auch egal. Dann habe ich angefangen, von Laura Newman Nachtsonne zu lesen. Und das möchte ich 2017 auch beenden. Ich war ab jetzt vor kurzem, habe ich den zweiten Teil gekauft? Oder hatte ich das... Hatte ich das vergessen? Ah, nee, ich hatte Adep gekauft, weil das reduziert war. Genau. Aber bevor ich Adep anfange zu lesen, möchte ich halt die Nachtsonne beenden. Also das werde ich bestimmt auch nächstes Jahr dann... Äh, pfff. ...auf jeden Fall machen. Es geht ja auch wirklich schnell zu lesen. Also von daher, ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich war ja am Anfang, muss ich wirklich ehrlich sagen, sehr skeptisch, ob mir das überhaupt zusagt. Äh, Laura Newman war jetzt auch die erste Self-Publisherin, von der ich ein Buch gelesen habe. Ähm, ja. Und ich bin da halt so ein skeptischer Mensch. Das sind halt diese doofen Vorurteile, die man hat. Und ich versuche immer, diese nicht zu haben. Habe mir auch fest vorgenommen, nicht zu haben, sonst hätte ich das Buch ja auch nicht gelesen. Aber ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht diese Skepsis hat mir auch dann, äh, das Buch noch, noch besser gemacht. Äh, als es vielleicht gewesen wäre, wenn ich nicht skeptisch rangegangen wäre. Also wisst ihr, wenn ich mit viel zu viel Erwartungen rangegangen wäre. So, und zur letzten Reihe, die ich dieses Jahr angefangen habe zu lesen, ist von Ransom Riggs, die Insel der besonderen Kinder. Da fehlen mir noch die Stadt der besonderen Kinder und die Bibliothek der besonderen Kinder. Die werde ich dann nächstes Jahr hoffentlich auch lesen. Weil, äh, es hat mir halt einfach richtig gut gefallen. Es war nicht ganz das, was ich erwartet habe, weshalb es nur vier Sterne bekommen hat. Aber es hat meine Erwartungen erfüllt. In diesem Buch geht es halt um Jacob, äh, der mit, der immer von seinem Großvater Geschichten erzählt bekommt. Und, äh, diese aber um Jahr und Jahr, wie, so wie er älter wird, nicht mehr glaubt. Also immer weniger glaubt. Und es dann kommt ein Tag, wo er arbeiten ist gerade. Und, äh, wie war das nochmal? Der Vater, genau, doch, der Vater ruft ihn an. Äh, und sagt, äh, oder er ruft seinen Vater an. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall reden sie dann über den Großvater, der sich immer merkwürdiger verhält. Und immer von, äh, Wesen spricht, die ihn verfolgen. Und dann, äh, bittet der Vater halt, äh, Jacob dort mal hinzufahren. Und er fährt mit seinem Kumpel hin. Und findet seinen Großvater tot im Wald. Äh, und hat das Gefühl, noch irgendein Wesen zu sehen, was gerade im Wald verschwindet. Und daraufhin, äh, fängt halt so, wie soll man sagen, so die Psyche von ihm an, verrückt zu spielen. Er kann nicht mehr schlafen. Er fühlt sich nicht mehr wohl. Und, ja, alles ist, äh, schlecht. Und er will einfach nur rausfinden, was da jetzt los ist. Und dann, äh, fährt er, oder fliegt er, fährt wahrscheinlich, äh, mit dem Schiff, ja doch, mit dem Schiff, mit seinem Vater auf diese Insel, wo die besonderen Kinder, von denen sein Großvater erzählt hat, sein sollen. Und er erkundet diese Insel, während sein Vater, äh, Vögel erkundet, weil er Bücher über Vögel schreibt. Und, ja. Ja. Mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten. Das waren jetzt, glaube ich, neun Buchreihen. Ich zähle nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja. Neun Buchreihen, die ich angefangen habe und nicht beendet habe im Jahr 2016. Schon eine Menge. Ich dachte, irgendwie ist es weniger. Ja. Ich drehe jetzt noch ein Video mit den beendeten Reihen, weil ich das jetzt schon wieder dreimal beenden musste. Also das ist bestimmt schon wieder 20 Minuten lang und das tut mir sehr leid. Aber ich rede so gerne so viel und ihr, das sagt mir eigentlich oft, genug, dass ihr lange Videos mögt. Also, denke ich mal, dass das kein Problem ist. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese es wirklich gerne. Wie viele Reihen ihr dieses Jahr angefangen habt, wenn ihr das gezählt habt. Ob vielleicht eine Reihe dabei war, die ihr auch dieses Jahr angefangen oder beendet habt. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lest schon viel. Tschüssi.